Oh, geht ja gleich gut los, hier bei Kreise 2, mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Meine Dinger noch hier einsammeln. Einer kreist hier aber noch rum. So, ach da! Gib mir dein Geflirre! So. Ich glaube, wir haben hier jetzt erstmal Ruhe. Deswegen gehe ich nochmal hin. Ich brauche keine Munition, na gut. Hier sind aber noch welche, ne? Ich schaue mal schnell, wie viel haben wir? 3680. Das ist noch ein weiter Weg. Ein ganz weiter Weg. Ah, scheiße, ich wollte mich nicht haben. Ist das vielleicht so ein besonderes Auto? Gibt es jetzt was Besonderes? Nö. Weil hier hat man ja so Sammelobjekte und mir fehlt nur noch das New York Fahrzeug. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Hier sein können, dass so ein Yellow Cab, also so ein Taxi, damit gemeint ist. Oh. Was ist da passiert? Ich mache mal ein paar Häuser weg hier so eben. Was haben wir hier? Ja, hier habe ich eine Steel Scar. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Die kann ich nur greifen. Okay. Ah, jetzt wird es interessant. Haben wir eigentlich einen Granat, Hilfe? Ja, haben wir. Gut. Gegen dem da hinten. Dem da? Dem da, genau. F war das zu markieren. Da ist noch einer. So, ich schleiche mich mal langsam ran. Noch geht's, ja. Aber der Dicke da ist nicht sauber. Oh. Der hier auch nicht. Kann man den auch durch so einen Kill ausschalten eigentlich? Nee. Doch. Das geht also auch. Maggie Spahn. Bau dich auf, bau dich auf, bau dich auf, bau dich auf. Gut. Das geht also auch. Das wusste ich gar nicht. Bleibt der da hinten? Ich glaube, der bleibt da hinten. Das wäre gut. Und dieser nicht. Ja, was ist da wohl passiert? Ich hau wieder ab. Ich hau wieder ab. Ich hau wieder ab. Ich hau wieder ab. So. Aber guck mal, die bleiben da. Auf der kleinen Karte kann man das sehr gut erkennen. Die beiden haben wir uns schon mal geholt. Der kommt jetzt hierher. Okay. Erstaunlich, ne? Leg dich mal zu den anderen beiden. Und ich hau wieder ab. 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 Laden. Sehr munitionssparende Taktik. Das machen die da jetzt. Wartet mal. Jetzt kommt der hierher, wach? Nur der? Kommt da jetzt zwei? Nee, der geht wieder zurück, ne? Das kann ich auch. Gut. Ja, geh mal gucken. Guck dir das mal an. So eine Sauerei, ne? Die pennen hier einfach. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah ne, nicht tarn. So. So, jetzt haben wir die vier Mann noch schon mal gekillt. Ohne, dass ich was großartig an... Was ist der Dicke da noch? Der Dicke. Der Zeug habe ich auch eingesammelt. Ich tarn mich mal lieber. Und dann gucke ich mal... Und diese Dicken... Es gibt hier natürlich auch größere Gegner. Warum auch nicht? Die sind ja hier relativ gut beherrschbar. Aber... Es gibt auch Gegner, die schwerer sind. Wie ihn da. Wie viel hat man denn davon? Fünf. Ah, den hat es erledigt. So, dann haben wir den auch. Da gehe ich auch gleich hin und hole mir das Geflirre. Ich hoffe, da gibt es ein bisschen mehr. Hier gibt es Munition. Munition voll. Also gab es nichts für meine Granate. Hier. 500. Geil. Ich liebe die Dicken. So, ich will mich nur in der Ecke verstecken. Ich will mal schauen. 4.580. Den Lufttritt. Den Pferdensucher. Ich will die Stilverbesserung. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Das Aufladen können wir auch noch beschleunigen. Das ist auch nicht verkehrt. Aber es ist mühselig, sich die Sachen zusammenzusammeln. Wie man merkt. Ich will jetzt keinen falschen Fehler machen. Bleib da oben. Neue Musik freigeschaltet. Na toll. Da läuft sie. Das Bild ist so alles. Ach, das ist Hargreave. Echt? Will die Rawson-Flut-Varriere sprengen. Und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die Zeph auslöschen. Wahrscheinlich ziehen sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten sie nicht unter der Erde sein. Begeben sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Ja, identifiziere mit dem Visor feindliche Stellung und plane voraus. Damit ist das Fernglas gemeint. Ob die bei Terminator nachgefragt haben. Ich benutze ungern billige Analogien zur Fauna der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden sie Reefs und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Greife den Kern des Haifern. Greife den Kern des Haifern. Finde Reefs und sein Team. Ja, das machen wir auch. Aber ich mache jetzt hier mal eine kleine Aufnahmepause. Für mich etwas länger. Für euch geht es sofort weiter. Bis gleich. Ja, okay. Wir sollen Reefs und sein Team finden und mit für unseren neuen Freund Hargrave. Ja, die Pause war nun doch etwas länger. Boah. Ich würde gern. Ich würde gern. Ich kann nicht. Warum konnte ich nicht springen? Oh. Aha. Warum habe ich nicht hier eine Pistole rum? Die lag wohl. Ah. Halt, 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 halt. Kommst du wieder raus? Kommst mir nicht. Ich brauche doch eure Gene. Wie viel habe ich eigentlich? Ah. Sparen. Hier liegt wieder Biomasse mit Knochen. Was ist das denn? So große Menschen gibt es aber eigentlich gar nicht. Also wir haben ja gelernt, dass sie, oder erfahren, dass sie, ich höre Funksprüche. Für Aliens. Alles klar, schon geklärt. Das ist von ihm hier. Munition habe ich voll. Also dass sie, äh, menschliches Gewebe nutzen für ihre Da ist so ein Zug eingeparkt. Manovision aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Das ist aber nur kaltes Wasser. Da hinten sehe ich noch was Blaues, aber naja. Hier ist der Zug reingerammelt. Wie man sieht. Ah, ich mache es jedes Mal. Was war das? Aus, achso, nach links lehnen. Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt, aber die erste Folge ist ja noch gar nicht freigeschalten. Es bleibt ja jetzt noch Warhead. Aktuell. Wenn ich hier alles nehme. Ah, da sind sie schon. Eins, zwei. Eins. Speck of Scarab. Scarab oder so. So, nachladen. Das ist nur der eine. So, gut. Ich habe meine Punkte gehalten. Äh, er halten. Das glaube ich nicht so ganz, dass die Züge pünktlich alle 15 Minuten fahren im Moment. Das macht sich gut. Wieder 100. Da sind aber noch viel mehr. Ich sehe ihn da auch schon im ersten. Bist du der Kommandeur? Äh, äh. Aha. Das ist der Kern des Hives. Na, da geht es weiter. Kanten greifen. Beobachten. Erkunden. Na gut. Wir holen uns hier erst mal. Hier ist noch einer. Katzen, Katzen. Und ich habe nicht mal Munition verbraucht. Hahaha. Das geht nämlich auch. Da kann ich eine Takte, eine Kante greifen. Aha. Tatsächlich. Erstmal aufladen. So, reicht. Und dann gehen wir mal weiter. Ah. Da hinten ist auch noch einer. Da auf der Brücke. Da am Ende. Aber wir sollten systematisch vorgehen. Und ich möchte mir die Aliens alle holen, weil die haben alle Gene. Und die brauche ich. Ich will noch schöner werden. Ja. Nein. Wir brauchen die nicht dafür. Wir brauchen die zum Skillen. Ich habe einen Plan. Das ist schön. Ja, das glaube ich. Der geht jetzt hier lang, ne? Kommst du hier gucken? Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Hier ist eine Nische. Huch. Da wollte ich aber rein. Nochmal nachladen. Gut. Der Verbrecher kehrt immer zu dem Ort seiner Taten zurück. Das gibt es wohl nicht bei euch. Da ist eine. Hier scheint aber noch irgendwo einer rumzukriechen. Aber wo weiß ich nicht genau. Na, ich gehe erst mal wieder rein. Ich hole mir die trotzdem. Ich will erst mal meine Optionen abwägen. Also hier, die Tür ist zu. Hier steht was davor. Und hier gibt es Munition. Und ein Snipergewehr. Was habe ich denn? Eins. Den nehmen wir mal anstatt der Marshal. Das ist kein Snipergewehr. Ne, wie ging das mit X, ne? So. Sturmvisier, Laservisier. Das ist. Nee. Den behalte ich lieber die. So. Ein bisschen schneller. Zahnfeld aktiviert. Genau. Der steht immer noch da oben. Nachgeladen hab ich. Kommt ruhig her. Da kommt aber auch keiner, ne? Da ist er. Du sitzt doch unmittelbar daneben. Ob ich an dem vorbeikomme? Ah, jetzt rennt er weg. Kacke. Bleib doch mal stehen. Na gut. Ich muss hier ja ausschalten. Ist ja sonst zu gefährlich. Sollten mich ja nicht sehen. Ich werde mal jetzt hochgehen und mir da die Dinge holen. Hier ist auch noch was anderes. Ich hoffe mal nicht so was dickes Fett ist. Du kannst mich doch gar nicht sehen. Ach, ich bin nicht getan. Das seh ich jetzt erst. Ich bin ja Pläde. Dann konntest du mich auch sehen. Der ist weggekommen, du. Scheiße. Und? Du hast deine Gene mitgenommen. Wisst. Tahnfeld aktiviert. Nein! Da liegt er. Aber? Er hatte nix. Er war ein Habe nix. Er hatte nicht mal Gene. Bestimmt ein zu unterster Dienstrang. Da, ich hab dich gesehen. Mach jetzt keinen Megatritt. Lad nach. Irgendwie. Das kann aber auch Knispel gewesen sein. Ich glaub, das war's. Tahnfeld aktiviert. Hier ist nix mehr. Da geht's weiter. Ach, das ging ja ganz gut. Würde ich mal sagen. Nee, hier ist keiner mehr. Die Aliens sind alle tot. Die Menschheit hat gesiegt in diesem Tunnel. Und damit beende ich jetzt erstmal die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Tschüss.